Heute geht's los. Fahrt nach Irland. 16 Stunden mit Flug und Fahrt und Fahrt und Flug. Ja man, wir sind in Irland. Wir gehen nach Dublin. Noch sind wir nirgends, Digga. Noch sind wir nirgends, und es ist wunderschön. Also ich habe jetzt schon gesagt, ich kann im Bus gerne alleine sitzen, weil ich mache dann meine Aktien und so. Ja, Aktien, bisschen chatten, bisschen tindern, mindern. Scheiße. Fick dich. Moment, ich muss es... Nein, Digga! Verpiss dich! Verpiss dich! Faszinierend, Junge. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ey. Ja, guck mal, der Knabe wegt sich auch. Manche Leute sitzen jahrelang in ihrem Keller, um sowas zu bauen, und wir stehen hier und können es für eine 1 Euro erleben. Diesen Spaß. Du bist echt krank, Mann. Guck mal, das ist das hier, ey. Oh, der ICE fährt. Wir mussten grad warten, bis unser nächster Bus Richtung Frankfurt fährt. Ey, die Schranke sind ja auch. Ich würde sagen, wenn der Zug jetzt kommt und dann die Schranke... ... die Schranke geht runter. Krass. Hallöchen, guten Morgen. Wir haben es jetzt. 7 Uhr 24. Und wir warten jetzt noch auf unseren Flug. Ich kann ja mal so ein Stimmungsbild einfangen. Rudolf? Wir warten auf unseren Flug. Und ich warte auf Öffnung der Börse um 8 Uhr morgens. Wir warten auf unseren Flug. Luke sieht aus als Kamerad vom St. Patrick's Day. Hi. Ziehen Sie die Maske auf. Ziehen Sie die Maske auf. Hi. I gotcha, bitch! Also Leute, wir sind endlich angekommen. Im Hotel. Haben unseren neuen Kollegen endlich getroffen. Jan Kodazina. Hi. Ich leber, ich gehe mal rüber zu den anderen. Was macht ihr denn jetzt? Wir müssen uns passend anziehen, Alter. Bro! Wie passend anziehen? Für was? Zum Bier saufen. Ich bin ernst. Ich bin ernst, oder? Das ist mir voll ernst, Alter. Spannende Hunde in Dublin. Spannende Hunde in Dublin. Spannende Hunde in Dublin. In this Orkan. Es ist sehr windig. Unentspannt, Alter. Ich bin gespannt. Wow.